Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Das Tessar am Barfi hat am Montag zum Monday-Hop eingeladen. Organisiert und durchgeführt wird der Oben der Basel Jitterbugs. Die Vision dieser Organisation ist es, dass mehr Menschen Swing-Tanzen und die Lebensfreude von diesem Tanz spüren. Am Montag hat es zuerst einen halbstündigen Crashkurs im Tanzstil Collegiate Shack gegeben. Das ist ein Swing-Bar-Tanz, der oft sehr eng umschlossen getanzt wird. Den Tanz machen v.a. die Gympen und Kicks aus. Der Name Collegiate Shack stammt von College Studenten ab, weil dieser Tanz bei ihnen sehr beliebt war. Im Anschluss an den kurzen Kurs gab es Livemusik der Band «Bennis from Heaven» Zu ihrer Musik haben die Gäste Lindy Hop, Balboa oder der eben gelernte Shack können tanzen. Der Monday Hop ist eine Reihe, die an jedem ersten Montag stattfindet. Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste